Einen wunderschönen Vormittag. Ich möchte am Beginn über mein Lieblingsthema sprechen. Über Kuchen. Es geht um die Verteilung von Kuchen. Wer kriegt welches Stück? Aber es geht uns vor allen Dingen auch um ein ganz wichtiges Thema. Wenn der Kuchen größer wird, wie wird er dann verteilt? Wenn 27 Kinder bei der Geburtstagsparty sind, jetzt noch 28, dann kriegen alle, wenn der Kuchen viel, viel größer wird, in Gramm gemessen nicht weniger. Viele kriegen viel, viel mehr. Ich glaube, sie haben schon einen Verdacht, es geht nicht ausschließlich um Kuchen. Aber der dritte Teil zum Kuchen. Wer und welches Kind kriegt das Stück mit der großen Kirsche in der Mitte? Also eine Verteilungsfrage. Es war zu Beginn der 1990er Jahre. Ich habe mich damals in meiner Studierendenzeit in einer Friedensorganisation engagiert, der damaligen Friedenswerkstatt Linz. Und wir haben in den 1990er Jahren zu Beginn, wir diskutierten über den Beitritt Österreichs zu den europäischen Gemeinschaften. Und wir hatten sehr, sehr viele Fragen. Eine Frage davon, was für eine Friedensorganisation naturgemäß ist, was kann man eigentlich tun, dass Deutsche und Franzosen nie wieder aufeinander schießen? Dann kamen viele Fragen dazu. Eine Frage, die sich heute auch besonders stellt. Was kann man tun, dass sich Deutsche und Franzosen nicht zusammenschließen und gemeinsam auf andere schießen? Und genau um diese Fragen wird es heute mit untergehen. Warum stellt sich diese Frage so dringlich? In den letzten drei Jahren hat sich da ganz viel getan. Und ich möchte einen Fokus auf diese Zeit legen, die letzten drei Jahre. Warum? Wir hatten im Jahr 2016, Juni, das Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Das war ein Katalysator. Warum war das ein Katalysator? Großbritannien verstand sich stets und immer als transatlantisch orientiert. Das heißt, in der europäischen Außensicherheitsmilitär, Friedens- und Verteidigungspolitik läuft nichts ohne NATO und ohne die Vereinigten Staaten von Amerika. Das haben sie sozusagen immer vertreten im Rahmen der Europäischen Union. Jetzt ist Großbritannien draußen, noch nicht wirklich draußen, aber wir kennen alle die Debatte. Aber sozusagen aus dem Diskussionsprozess draußen. Das heißt, es geht um eine starke Autonomie der Europäischen Union, unabhängig und losgelöst auch von NATO und USA. Der zweite Punkt, warum das so virulent ist, die Debatte um die militärische Entwicklung der EU, ist, hängt schon damit zusammen mit dem ersten Punkt, die Wahl von Donald Trump als US-Präsident. Man wollte sich unterscheidbar machen. Wie unterscheidbar die Europäische Union mit ihren Rüstungsprogrammen ist zu den USA, werden wir dann diskutieren. Und der dritte Punkt, der ganz wesentlich war, der vor allen Dingen für die Legitimität wesentlich war. Ab 2005 sind sehr, sehr viele Menschen vor Armut und Krieg davongelaufen. Die meisten in der Region, ganz wenige sind in die Europäische Union gekommen. Dann hat sich die Stimmung geändert in der Europäischen Union. Die Leute waren plötzlich empfänglich dafür, dass man ja doch mehr Geld für Rüstung und Militär ausgibt, um diesem Problem Herr zu werden. Ob das das richtige Instrument ist, sei mal dahingestellt. Aber das hat einen wesentlichen Ausschlag gegeben, dass wir jetzt vor einer Entwicklung stehen, die ich jetzt im Folgenden auch skizzieren möchte. Ich habe bereits gesagt, es geht um eine Autonomie der Europäischen Union. Was heißt das? Autonomie in operativer Hinsicht. Das heißt Auslandseinsätze, insbesondere Militäreinsätze. Autonom heißt auch in einer materiellen Dimension, sprich Rüstung, und auch in einer institutionellen Form. Wir werden dann über die ständig strukturierte Zusammenarbeit über PESCO auch noch sprechen. Zu den Auslandseinsätzen. Die Europäische Union, oje, das sieht man ganz schlecht. Die Europäische Union macht seit 2003 zivile, militärische und sogenannte zivil-militärische Einsätze. Der erste Einsatz in Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Kongo. Das heißt, das sind Einsätze unterschiedlichen Charakters. Was wir heute feststellen können, seit 2003 bis jetzt 2019, wir haben zwar eine Mehrheit der Einsätze als zivile Einsätze, zwei Drittel davon sind numerisch betrachtet zivile Einsätze, ein Drittel Militäreinsätze. Allerdings, wenn wir genau analysieren, diese Auslandseinsätze der EU, so werden wir feststellen, 80 Prozent des Personals, das die Europäische Union in Auslandseinsätze geschickt hat, waren Militärs. Nur 20 Prozent Zivilistinnen oder Zivilistinnen unter Anführungszeichen, sprich Militärs, die einfach ohne Waffe in den Auslandseinsatz gegangen sind. Was wir auch feststellen können im Laufe dieser Jahre, wenn es eine Schnittmenge zwischen deutschen und französischen Interessen gab, dann gab es solche Auslandseinsätze. Also sehr stark kerneuropäisch geprägt. Und was wir noch feststellen können, wie die Zahlen schon belegen, es ist eine enorme Asymmetrie zwischen militärischen und zivilen Kapazitäten da. Was ist jetzt das Problem? Wenn wir die Zeitung aufmachen, werden wir Folgendes feststellen. Die Europäische Union hat keine gemeinsame Haltung zu sehr vielen außenpolitischen Fragen. Sollen wir den Kosovo anerkennen? Was machen wir mit der Konfliktbearbeitung in Syrien? Was passiert in Palästina? Anerkennen, ja oder nein. Was passiert mit den Menschen, die vor Krieg und Armut davonlaufen im Mittelmeer und so weiter? Was passiert mit Atomwaffen? Eine lange Liste von außenpolitischen Dissens. Aber wir entwickeln ständig Truppen, um Konflikte zu lösen. Und ständig wird das weiterentwickelt. Wir kennen die britische Position. Die Briten sind jetzt aus diesem Diskussionsprozess um die Außen- und Sicherheitspolitik weitgehend draußen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Die Europäische Union hat mit diesem Datum angefangen, Tempo zu machen in dieser Entwicklung. Die Battlegroups der Europäischen Union werden mittlerweile als Gemeinschaftskosten abgerechnet. Es gibt ein militärisches Schengen. Das heißt, versuchen Sie mal einen Leopardpanzer quer durch die Europäische Union zu transportieren. Das heißt, Brücken, Straßen und so weiter werden panzerfest gemacht. Für das gibt es ein Budget von 6,5 Milliarden Euro. Alles, das ist passiert, weil der Widerstand von Großbritannien in Bezug auf die Autonomie der Europäischen Union in militärischer Hinsicht aufgegeben worden ist. Wir haben quasi ein Hauptquartier, ein militärisches Hauptquartier für die Europäische Union. Nicht ganz das, was sich Deutschland und Frankreich vorstellen, aber eine abgespeckte Version. Auch das ist nur möglich geworden, weil Großbritannien aus diesen Diskussionsprozessen draußen ist. All diese Maßnahmen sind ein vermeintlicher Sicherheitsgewinn, aber mit Sicherheit kein Friedensprojekt. Wenn wir jetzt über die Rüstung genauer sprechen, das ist der zweite Teil der Autonomie, der der Europäischen Union so wichtig ist. Eigentlich ist Rüstungsforschung ein Wort, das in der Europäischen Union gar nicht so gibt. Rüstung ist ein Wort, wo man lieber das Wort Verteidigungskapazitäten verwendet. Weil niemand rüstet. Rüsten dann immer nur die anderen. Das ist böse Rüstung. Unsere Rüstung ist nur Verteidigung. Das ist ein bisschen wie mit dem Krieg. Wir führen auch keinen Krieg. Wir führen eine humanitäre Intervention durch. Wir machen einen Stabilisierungseinsatz. Wir projizieren unsere Streitkräfte. Wir nehmen Schutzverantwortung wahr. Aber niemand führt Krieg, um Gottes Willen. Also ein wichtiger Punkt. Aber bleiben wir bei den Kapazitäten. Wenn man das ein bisschen ins Verhältnis setzt. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben im letzten Jahr 36% der Rüstungsausgaben getätigt. Die EU-Staaten gemeinsam 15%. Wenn man jetzt die NATO-Staaten gemeinsam nimmt. USA, Kanada und die meisten EU-Staaten davon. 53%. Im Vergleich dazu. Die Volksrepublik China hat insgesamt gemessen an den Weltrüstungsausgaben 14%. Russland 3,4%. Und Indien 3,7%. Nur damit man sich die Kräfteverhältnisse ein Stück weit vergegenwärtigt. Aber uns geht es jetzt nicht nur um die bloßen Zahlen. Uns geht es auch um Entwicklungstendenzen. Die Europäische Union hat sich 2016, und das war genau einige Tage nachdem das Referendum in Großbritannien stattgefunden hat, eine Globalstrategie gegeben. Da steht Folgendes drin. Die Mitgliedstaaten benötigen bei den militärischen Spitzenfähigkeiten alle wichtigen Ausrüstungen, um auf externe Krisen reagieren zu können. Das bedeutet das gesamte Spektrum an Land, Luft, Weltraum und sehseitigen Fähigkeiten. Was bedeutet das ganz konkret? Ich stehe immer im Weg ein bisschen. Entschuldigen Sie. Das bedeutet ferngesteuerte Flugsysteme, Satellitenkommunikation, autonomer Zugang zu Weltraum und ständige Erdbeobachtung. Wie gesagt, das Referendum am 23. Juni 2016, wenige Tage später, 28. Juni, diese Globalstrategie. Da stand Folgendes drin. Die Mitgliedstaaten sollen 20% der Verteidigungsausgaben für Beschaffung, Ausrüstung und Forschung, also das heißt nicht für Personal, verwenden. Das Ziel, es geht um eine engere Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, das Mittel, Steuergeld für die Rüstungsindustrie. Das war der Plan der Europäischen Kommission. Im November 2016, das heißt es ist nicht viel Zeit gegangen, das Referendum war und die Pläne sind sofort aus der Schublade geholt worden und von der Kommission sofort in Richtung Umsetzung gebracht worden. 2017, ein weiteres Dokument, der European Defence Fund und das hat auch eine neue Qualität der Weiterentwicklung. Wie schaut dieser Defence Fund aus? Es gibt im Rahmen dieses Defence Fundes Gelder für Forschung und für Entwicklung. Aber das Wichtige ist einmal, die Kommission hat zu den Mitgliedstaaten gesagt, es geht darum, ihnen zu helfen, das Geld der Steuerzahler effizienter auszugeben. Das ist ein Zitat. Der Fokus liegt auf unbemannte Systeme, sprich Drohnen, Marine und Satelliten. Da liegt der Fokus darauf. Und jetzt kommt die Katze aus dem Sack. Wir haben ja bisher gesagt, 20 Prozent sollen die Mitgliedstaaten für Forschung, Entwicklung und so weiter aufwenden. Das hat die Europäische Union schon sehr häufig gesagt. Das ist aber in der Regel nicht so passiert, beziehungsweise in einer abgespeckten Form passiert. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, es gibt eine neue Qualität. Die Europäische Union sagt, es gibt 13 Milliarden Euro für diesen European Defence Fund, für diesen Rüstungsfonds. 4,1 Milliarden für Forschung. Das wird zu 100 Prozent von der Europäischen Union bezahlt, sprich eh das Geld der Mitgliedstaaten. Und 8,9 Milliarden für die Forschung. Und die wird zwischen 20 und 80 Prozent von der Europäischen Union zahlt. Und der Hebel, der Rest kommt von den Mitgliedstaaten. Jetzt gibt es ein Papier der österreichischen Ratspräsidentschaft, da hat es geheißen. Wir bewegen uns in einer Größenordnung von 50 Milliarden Euro für die Periode 2021 bis 2027. Das heißt jetzt, wir haben aber noch kein einziges Rüstungsgut beschafft. Das Geld ist ausschließlich für die Forschung und Entwicklung. Das Teure kommt erst am Ende dieses Prozesses. Das ist alles neues Geld. Das ist Geld, das es vorher in der Europäischen Union nie gegeben hat. Und es ersetzt keinen einzigen Cent an nationalen Geldern. Das heißt, jeder Staat wird weiter seine Armee unterhalten und wird da entsprechendes Geld investieren. Die Kommission hat gesagt, es gibt ja Defizitschwellen in der Europäischen Union. Wer zu viel Geld für Bildung ausgibt, zu viel Geld für Gesundheit, zu viel Geld für Umwelt und so weiter, das geht nicht. Aber wer zu viel Geld für Rüstung ausgibt, das ist toleriert. Also das heißt, wir sehen diese Wertigkeit der Rüstungspolitik und Rüstungsforschung in der Europäischen Union. Mittlerweile ist vom Eis, was diesen Rüstungsfonds betrifft, es werden keine Kiloroboter daraus bezahlt. Was nicht vom Eis ist, ist, wird mit diesem Rüstungsfonds werden Massenvernichtungswaffen bezahlt. Das ist nicht ausgeschlossen in der Europäischen Union. Jetzt gibt es eine hochinteressante Entwicklung in Bezug auf diesen Rüstungsfonds. Im Vertrag der Europäischen Union steht drin, Artikel 41.2, Maßnahmen mit militärischen und verteidigungspolitischen Bezügen dürfen nicht zulasten des Unionshaushaltes gehen. Das heißt eigentlich, wer Geld für Rüstung ausgibt und das aus dem Haushalt der EU nimmt, das geht nicht. Das ist vertragswidrig. Gut, wir brauchen da sozusagen einen Kniff dafür. Der Schachzug 1, wie man Rüstung finanziert. Wir nennen das Ding einfach nicht mehr Rüstung. Genau das ist das, was passiert. Das ist jetzt, wenn im Zuge der Ratspräsidentschaft Menschen von der Kommission und andere Vertreterinnen der Europäischen Union da sind. Und man spricht sich darauf an, warum finanzieren sie Rüstung? No, no, sir, this is not armament, this is industry. Das heißt, es ist Industrie- und Wettbewerbsförderung. Das ist der Kniff 1, wie man sozusagen das umgeht, dass die Europäische Union keine Rüstung fördern darf. Ein zweiter Kniff, wie man Rüstung finanziert, ohne dass man es sagt. Man setzt oder man etabliert Strukturen außerhalb der Europäischen Union an. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Emmanuel Macron hat gesagt, er will die Europäische Interventionsinitiative. Das ist kein Projekt der EU, auch wenn es so scheint. Frankreich hat gesagt, die Europäerinnen und Europäer, seine Verbündeten in der EU, die Bummel nimmt zu sehr bei der Rüstung. Das muss alles viel, viel schneller gehen. Er will jetzt eine Gruppe, die ein schnelleres Tempo macht. Frankreich, Deutschland, interessanterweise Großbritannien mit dabei, interessanterweise Dänemark mit dabei, die sich aus allen außen- und sicherheitspolitischen Dingen heraus optiert haben, aber nicht aus dieser Kooperation und ein paar andere. Das heißt, da soll ein schnelleres Tempo gemacht werden. Es zirkulierten damals Pläne in der Größenordnung von 100 Milliarden Euro für die nächsten zehn Jahre. Das heißt, diese Strukturen, die außerhalb der EU angesiedelt sind, üben natürlich Druck auf die EU selbst und auf ihre Mitgliedstaaten aus. Nämlich jene, die nicht dabei sind, entsprechend ihre Militärbudgets zu erhöhen und sich hier entsprechend loyal gegenüber dem Rüstungsfonds und anderen Entwicklungen zu zeigen. Die dritte Möglichkeit, wie man Rüstung finanziert, ohne dass man es so sagt. Ein neues Instrument, die europäische Friedensfazilität. Das ist ein besonders interessantes Ding. Der Witz dabei, das ist ein Budget, das eigentlich kein Budget ist. Es ist im Fachjargon, nennt sich das EU-off-budget. Interessant, da stehen 10,5 Milliarden Euro drin und wieder haben wir ein Problem mit dem Artikel 41.2. Aber das ist ja kein Budget der EU. Also finanziert die EU keine Rüstung damit. Also kein Problem mit diesem Artikel. Was wird finanziert damit? Das heißt, globale Militäreinsätze unter anderem, die im Interesse der EU liegen, aber nicht von der EU durchgeführt werden. Das heißt, es werden anderen Staaten und Akteuren Waffen und Truppen bezahlt, damit sie entsprechende Einsätze durchführen. Wenn Sie jetzt sagen, das könnte problematisch sein, die Europäische Union beruhigt, sie werden, ich zitiere, eine sorgfältige Prüfung für Waffenlieferungen vornehmen. Wir haben an diesen drei Beispielen betrachtet, das heißt eine Umtitulierung, eine Umetikettierung von Rüstung, eine außerhalb der EU angesiedelte Struktur und ein Budget, das eigentlich ein EU-off-budget ist. Wir haben eine hohe Kreativität in der Europäischen Union, was die Finanzierung und Etablierung von Rüstung betrifft. Es gibt aber sehr wenig Kreativität darin, Instrumente der zivilen Konfliktbearbeitung und der Krisenprävention weiterzuentwickeln. Ein Projekt, das für die Europäische Union und insbesondere für einige Staaten besonders wichtig ist, ist das da. Future Combat Air System. Das ist dieser Vogel da, den Sie da sehen. Das ist ein bilaterales, respektive seit neuerster Zeit trilaterales Rüstungsvorhaben. Ein Kampfflugzeugsystem. Eigentlich damals 2017, Mitte 2017 von Angela Merkel und Emmanuel Macron ausgemacht. Das soll es geben. Mittlerweile ist auch Spanien mit dabei seit Februar 2019. Es ist nicht nur ein Kampfjet, sondern es ist auch ein ganzes System mit unbemannten Begleitern, mit Satelliten, mit künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort. Sie werden jetzt Folgendes sagen. Wir haben ja so ein Kampfflugzeug. Das ist das da, der Eurofighter. Den haben wir ja. Der schäbert ein bisschen, wenn man den wackelt. Und genau dieses Schäbern ist jetzt das Problem damit. Wir haben den Eurofighter Typhoon. Frankreich hat die Rafale. Aber es wird jetzt ein neues Kampfflugzeug in einer neuen Generation entwickelt. Das heißt, das Ding soll bis 2040 fertig sein. Wir erinnern uns, der Eurofighter ist damals als Jäger 90 eigentlich entwickelt worden. Das war noch im Kalten Krieg. Fertig worden ist er jetzt. Also jetzt vor Kurzem unter Anführungszeichen. Das heißt, man versucht Entwicklungen vorherzusehen, die 2040, 50, 60 und 2070 stattfinden. Und genau das ist ein Stück weit des Problems. Die Tageszeitung Die Welt hat gesagt, dieser Nachfolger von diesem Vogel wird in etwa 100 Milliarden Euro kosten. Mit Bewaffnung. Das Handelsblatt hat gesagt, das wird 500 Milliarden kosten. Also das heißt, man kann nicht genau sagen, was es tatsächlich kosten wird, dieses Ding. Faktum ist, das erste Geld dafür ist bereits geflossen. Wer treibt es voran? Die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, jetzt Kommissionspräsidentin der Europäischen Union und ihre Amtskollegin, die französische Verteidigungsministerin. Wer baut es? Tassou, Rüstungskonzern aus Frankreich und Airbus, ehemaliges ERDS, vorwiegend deutsch. Das heißt, wir kennen ja auch ein Vorgängerprojekt, dieses Militärtransportflugzeug A400M. Wir haben es vielleicht vielfach in der Zeitung gelesen. Um es jetzt einmal höflich auszudrücken, das ist ein Projekt, das nicht ganz rechtzeitig fertig geworden ist und das nicht ganz das gekostet hat, was man ursprünglich angenommen hat. Und das ist auch anzunehmen, was dieses Nachfolgeprodukt des Eurofighters betrifft. Wir haben mit diesem Ding, also nicht mit dem da, mit dem hat man überhaupt keine Probleme, das kostet 6,90 irgendwo, wenn man es kauft. Wir haben mit diesem Ding eine Reihe von Problemen. Die Rüstungskonzerne, insbesondere Tassou und Airbus, die werden schon langsam nervös. Die üben Druck auf die Politik aus, dass da endlich mehr Geld fließt und dass es vor allen Dingen operativ wird. Aber wieder Widersprüche zwischen Deutschland und Frankreich. Die Deutschen haben gesagt, wir geben Geld erst dann, wenn klar ist, dass das parallel zu entwickelnde Panzerprojekt, es soll auch einen neuen Kampfpanzer geben, dass in diesem Projekt Deutsch gesprochen wird, wenn schon primär im anderen Französisch gesprochen wird. Das heißt, es geht um eine ordentliche Aufteilung zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen diesen beiden Staaten. Und dieses Panzerprojekt ist nicht einfach ein Kampfpanzer, sondern wieder begleitet von einer ganzen Reihe von anderen technischen Entwicklungen. Man spricht auch von 100 Milliarden Euro, dass das Ding kosten wird. Witzig ist jetzt folgendes, also witzig unter Anführungszeichen, Tassou und Airbus lachen ja ein bisschen weniger über das, ist folgendes. Mittlerweile hat Großbritannien begonnen, ein Konkurrenzprodukt von genau diesem System zu entwickeln. Andere Staaten in der Europäischen Union sind ein bisschen anbissend, dass Deutschland und Frankreich das sozusagen so in Eigenregie machen mit Spanien. Hinter das britische Projekt haben sie mittlerweile Italien und Schweden angehängt. Das heißt, innerhalb der Europäischen Union ein Konkurrenzkampf um die Steuergelder, die in die Rüstung gesteckt werden. Und dann noch ein Konkurrenzkampf innerhalb von Deutschland und Frankreich. Wer hat die Nase vorn bei dem Kampfflugzeugsystem und wer hat die Nase vorn beim Kampfpanzer? Also das heißt, solche Entwicklungen gibt es da. Polen ist mittlerweile hergegangen und hat gesagt, gut, der Streit geht uns nichts an. Wir sind auch transatlantisch orientiert und haben 32 Stück des Konkurrenzproduktes von all dem bestellt, nämlich die F-35 aus den USA. Das heißt, da entgeht wahnsinnig viel Geld. 6,5 Milliarden Euro ist dieser Auftrag schwer. Den hätte Frankreich und Deutschland sehr, sehr dringend gebraucht, so einen Auftrag. Wenn wir das jetzt bauen, dann reicht es nicht, wenn Frankreich und Deutschland das verwendet. Man muss das Ding exportieren und das ist der nächste Knackpunkt. Wie können wir es exportieren? Frankreich hat sehr liberale, unter Anführungszeichen, Rüstungsexportlinien, die verkaufen alles. Die Deutschen sagen, okay, wir müssen da im Parlament diskutieren und so weiter und so fort. Und das wirft Probleme auf. Frankreich sagt, wir können uns nicht leisten, dass wir irgendeinen Auftrag ablehnen, weil das vielleicht gerade zufälliger Kriegs- oder Konfliktgebiet ist. Das können wir uns nicht leisten. Das ist eine interessante Entwicklung. Und der letzte interessante Punkt bei dem Projekt sind die Atomwaffen. Wir haben in Deutschland stationiert US-amerikanische Atomwaffen in Büchel. Jetzt werden die Kampfpiloten ihre Fracht an ein Ziel bringen müssen, das sagt die nukleare Teilhabe der NATO. Allerdings, wenn das US-Atomwaffen sind, wollen die USA da ein bisschen mitreden. Was ist denn das für ein Flugzeug? Wie schaut denn das im Detail aus? Und genau das ist das, was sich mit den Autonomiebestrebungen der EU ein Stück weit konterkariert. Die USA wollen da Details zu dem Ding haben. Das wollen die Europäerinnen, insbesondere die Franzosen, nicht herausgeben. Also das heißt, es ergeben sich eine ganze Reihe von Konflikten, die wir hier haben. Wenn wir uns das jetzt anschauen, diese Entwicklung auf politischer Ebene. Wir wissen, wem Ursula von der Leyen ihr Amt als EU-Kommissionspräsidentin verdankt. Eigentlich war ein anderer Konservativer dafür hervorgesehen. Wir wissen, wie wichtig das ist, dass auf politischer Ebene das politische Netzwerk zwischen Deutschland und Frankreich wie geschmiert läuft. Wir sehen aber auch eine nervös werdende Rüstungsindustrie und das Konkurrenzprodukt aus Großbritannien, das gemeinsam mit anderen Staaten entwickelt wird. Es geht um sehr viel Geld. Es geht sozusagen um die Steuergelder der EU 27, die künftig in die Rüstung fließen werden. Das ist eine Menge. Die vormalige hohe Beauftragte für die Außen- und Sicherheitspolitik, Baroness Ashton, hat gesagt, wer den Frieden will, der muss sich rüsten. Und genau das ist das, was gegenwärtig ganz, ganz massiv passiert. Wir haben wahnsinnig viel Geld in diesem Prozess. Es entwickeln sich Industriezweige. Es entwickeln sich Thinktanks. Es entwickeln sich Netzwerke. Es wird viel geforscht. Der Zauberlehrling von Johann Wolfgang von Goethe sagt, dass zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Ganz am Ende sagt der Herr, die Not ist groß. Die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht los. Was machen wir denn, wenn das Geld nicht mehr so reich fließen wird? Werden die ganzen Kapazitäten im Rüstungsbereich an den globalen Bestbieter verscherbelt? Schaut gegenwärtig aus, als wäre das China. Oder wird die Rüstungsindustrie irgendwann einmal, wie die Banken, für systemrelevant erklärt? Und wir werden sie stützen, stützen, stützen und weiter stützen. Das ist die Frage. Mehr Geld für Rüstung heißt auch, wir produzieren mehr. Es werden mehr Stück produziert. Und das heißt auch, man wird konkurrenzfähiger am Weltmarkt. Wenn wir uns ansehen, wer sind die großen Rüstungsproduzenten? Also das ist wirklich eine Tragödie. Die USA, damit das ein bisschen veranschaulicht wird, die USA haben 34% der weltweiten Rüstungsexporte. Russland 22% und wenn wir uns die Liste anschauen mit den 10 staatlich betrachteten Rüstungshändlern, dann sind von diesen 10 Staaten 6 EU-Staaten. Die EU 27% exportieren insgesamt 27% aller weltweiten Rüstungsgüter. Das heißt, mehr als die russische Föderation, ein bisschen weniger als die Vereinigten Staaten von Amerika. China, wenn man das eben wieder so betont als zentraler Akteur, die haben 5,7%. Die Europäische Union hat genau für das eine eigene Agentur, die sogenannte Rüstungsagentur oder Verteidigungsagentur. Die hat natürlich auch andere Aufgaben, aber da geht es darum, sozusagen Rüstungsexporte anzukurbeln. Wir haben ständig, ständig eine Steigerung der Waffenexporte aus der Europäischen Union. Ständig tauchen immer wieder Waffen aus den europäischen Staaten in Kriegs- und Krisengebieten auf. Und ständig kann man auch sagen, es sind die europäischen Staaten die empörtesten Waffenhändler dieser Welt, dass schon wieder ihre Waffen in einem Kriegsgebiet aufgetaucht sind. Wie kommen die da bloß hin, wenn man ständig mehr exportiert? Die Globalstrategie der Europäischen Union sagt Folgendes. Unsere Werte und unsere Interessen gehen Hand in Hand. Die Interessen sind klar, es geht um die Wirtschaft. Die Werte wie Menschenrechte und Demokratie passen am Ende des Tages, wenn man in einem Kriegsgebiet steht und in einen europäischen Waffenlauf hineinschaut. Diese Werte und die Interessen beißen sich dann irgendwann einmal, um das einmal ganz höflich auszudrücken. Der einzige Ansatz, was man tun kann, dass das nicht passiert, ist, diese Waffen schlicht und einfach nicht an Dritte zu verkaufen. Jetzt gibt es manche, die zu mir sagen, Herr Reutner, Sie gefährden Arbeitsplätze. Die sechs zentralen Staaten, die den Letter of Intent unterzeichnet haben, das ist Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien und Schweden, die Großen, haben in etwa insgesamt eine halbe Million Leute in der Rüstungsindustrie. Das sind betrachtet auf die EU 28 und das gesamte Arbeitskräftepotenzial 0,024%. Das ist nicht wahnsinnig viel. Das sind hochspezialisierte Menschen aus der Technologiebranche und aus der Metallverarbeitung und so weiter und so fort. Viele davon könnten problemlos in einer anderen Branche einen Arbeitsplatz finden. Jetzt ist die Rüstungsindustrie kein Vorzeigeprojekt, was die Transparenz in der EU betrifft. Und Auftragsvergaben sind oft wahnsinnig undurchsichtig. Wir können ein Lied davon singen in Österreich mit dem Eurofighter. Basale Informationen gelangen nicht an die Öffentlichkeit. Die sind einfach geheim oder werden vertraulich behandelt. Selbst wenn man ein Dokument in die Hand kriegt, wo drauf steht vertraulich, man darf es nicht veröffentlichen. Oder man kann nur darüber spekulieren öffentlich, was da drin stehen könnte. Airbus hat gesagt, diese Rüstungsagentur, die da aufgebaut worden ist, entspricht zu 95% unserem Vorschlag. Das heißt, die Rüstungsindustrie spricht da ganz gewaltig mit. Das sagt die Alliance for Lobbying and Transparency and Ethics Regulation in the EU. Erinnern wir uns kurz zurück. Nach dem Referendum in Großbritannien hat die Kommission einige Rüstungsprogramme gestartet. Damals haben sie gesagt folgendes, wir rufen eine Gruppe von Persönlichkeiten zusammen, die uns hier beraten. Jetzt lege ich das Ding aus der Hand, das macht binarisch. Diese Gruppe von Persönlichkeiten, 16 Personen, davon waren unmittelbar sieben Vertreter der Waffenindustrie dabei. Die haben die Europäische Kommission beraten, ein Rüstungsprogramm zu machen. Die meisten haben jetzt schon Rüstungsaufträge bekommen. Das heißt, das ist eine hochproblematische Entwicklung, die wir hier haben. Der Mann in der Drehtür steht in Frankfurt am Main von Waldemar Otto aus dem Jahr 1986. Die Rüstungsindustrie hat einen privilegierten Zugang zu Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern und zu Beratungsprozessen. Alter EU, was ich zuerst schon zitiert habe, hat gesagt, eine ständig in Bewegung befindliche Drehtür zwischen der Industrie und den europäischen Entscheidungseliten. Alter EU sagt, von den 33 akkreditierten Lobbyistinnen und Lobbyisten der zehn größten europäischen Rüstungskonzerne hat mindestens ein Drittel vorher für eine EU-Institution gearbeitet oder für eine nationale Regierung. Die gehen dann einfach in die Rüstungsindustrie und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück. So entstehen Entscheidungsprozesse, die natürlich einen Einfluss auf die Entscheidungen selbst haben. Schon 2005 hat das EU-Institut für Sicherheitsstudien, der hausinterne Think Tank sozusagen gesagt, es geht nicht mehr nur um die unmittelbaren Erfordernisse, die in bestimmten Krisen entstehen, sondern es sind auch die strukturellen, technologischen, industriellen und wirtschaftlichen Aspekte, die hier zu berücksichtigen sind, wenn es um die Vergabe von Rüstungsaufträgen geht. Das heißt, nicht mehr zwingend das, was tatsächlich gebraucht wird, sondern auch, was wirtschaftlich und industriell notwendig ist. Und das war im Jahr 2005. Wir haben seither eine enorme Entwicklung da diesbezüglich durchgemacht. Der institutionelle Rahmen. Ein kürzerer Punkt. Jean-Claude Juncker hat gesagt, es gibt ein Weißbuch, das hat er vorgestellt und darin sind fünf Optionen. Eine davon ist Kerneuropa. PESCO. Dieses Ding des Pudelskern. Um was geht es bei PESCO? Es gibt eine politische Uneinigkeit und wir müssen irgendwie diese Uneinigkeit in der Europäischen Union überwinden. Kerneuropa schlichtet. Es geht um die politisch Willigen und die militärisch Fähigen. Die anderen sind draußen. Und das ist das, was bei PESCO, bei dem militärischen Kerneuropa passiert. Nicht alle marschieren, nicht alle rüsten. Das heißt, jene, die draußen sind, sind in gewisser Hinsicht auch aus diesen Entscheidungsprozessen abgekoppelt. So viel zum Thema, die Europäische Union nimmt alle mit und alle Mitglieder sind gleich. Bei PESCO ist es so, es geht nicht um die Überwindung der Nationalstaaten, was man immer sagt. Das ist das Projekt der Europäischen Union, sondern um eine Hierarchisierung der Nationalstaaten. Wer ist oben, wer ist unten, wer ist draußen. Wir haben bei PESCO zwei verschiedene Tranchen bisher gehabt an Projekten, die als PESCO-Projekte entstehen. Darunter beispielsweise eine Euro-Drohne, darunter ein europäischer Kampfhubschrauber, Euro-Artillerie und verschiedene andere Dinge. Nicht alles sind Waffenprojekte. Manches sind auch Trainingsprojekte für Auslandseinsätze und so weiter und so fort. Es wird demnächst eine dritte Tranche geben und es ist die Frage, was da drin steckt. Meine Spekulation ist, dieses Kampfflugzeugsystem wird ein PESCO-Projekt werden. Das ist meine Prognose. Zäumen wir es umgekehrt auf. Was ist PESCO mit Sicherheit nicht? PESCO ist kein ziviles Projekt. Da geht es im Wesentlichen um militärische Projekte, diese 34. Was ist es noch nicht? Es wird nicht zum Abbau eines Demokratiedefizits beitragen. Warum auch? Jene, die kritisch gegenüber PESCO sind, sind schlicht und einfach draußen. Und die haben in Bezug auf die einzelnen Projekte von PESCO schlicht und einfach nicht mehr mitzureden. Also das heißt, es wird kein Demokratiedefizit abgebaut, wenn man jenen, der eine andere Meinung hat, schlicht und einfach draußen hat. PESCO wird nicht für eine gemeinsame Außenpolitik sorgen. Warum? Es ist ein Militärprojekt im Wesentlichen. Und vor allen Dingen wird PESCO nicht zur Abrüstung sorgen. PESCO, da geht es um die reale Aufstockung der Verteidigungshaushalte, wie der Europäische Rat das entsprechend gesagt hat. Das heißt, PESCO ist eine humanitäre Intervention, aber nicht für die Menschen, sondern für eine notleidende Rüstungsindustrie. Ich habe einen Vorschlag gemacht, warum muss man eigentlich, aber über die Vorschläge werden wir vielleicht ein bisschen später nochmal sprechen, warum muss man eigentlich eine Zusammenarbeit von europäischen Staaten zwingend militärisch sehen? Warum kann man nicht ein Kern Europa jener Staaten gründen, die bei der zivilen Krisenprävention schneller gehen, die schneller versuchen, Abrüstungsprozesse auf den Weg zu bringen? Warum muss das ausgerechnet ein militärisches Projekt sein? Wurde mir bis heute nicht beantwortet. Zusammenfassend, was wissen wir und vor allen Dingen, wir wissen irrsinnig viel nicht, was gegenwärtig passiert. Ein bisschen spekulativ. Die Kosten 2021 bis 2027, was wird auf uns zukommen? Klar ist, der Rüstungsfonds European Defense Fund kostet 13 Milliarden, ist im Budget verankert. Mit dem Hebel, den die Mitgliedstaaten noch zusätzlich dazu zahlen müssen, sind wir in etwa 50 Milliarden. Peace Facility, festgeschrieben, 10,6 Milliarden. Militärische Mobilität, festgeschrieben, 6,5 Milliarden. Wie diese 34 im Wesentlichen militärischen Projekte unter PESCO bezahlt werden, kann man nicht so genau sagen gegenwärtig. Da ist beispielsweise ein Projekt drin über militärische Mobilität, das schon ein Budget hat. Wir werden viele Projekte von PESCO über diesen sogenannten Defense Fund, über diesen Rüstungsfonds abwickeln. Was von den Mitgliedstaaten noch kommt und wo das restliche Geld herkommt, können wir gegenwärtig noch nicht so genau sagen. Das ist auch ein Prozess, der im Laufen ist. Das heißt, ein großes Fragezeichen. Was wir auch nicht sagen können, die bilateralen Initiativen zwischen den Mitgliedstaaten, die zwischen Deutschland und Frankreich laufen, zwischen Schweden, Italien, Großbritannien und so weiter, nicht bezifferbar. Vor allen Dingen, es ist kein Geld der Europäischen Union. Deswegen auch mein Fragezeichen, also das Kampfflugzeugprojekt, das Panzersystem und so weiter und so fort. Was wir auch nicht sagen können, wie werden sich die Militärbudgets der Mitgliedstaaten entwickeln? Weil alles das rennt ja unabhängig von den Militärbudgets. Zusätzlich haben die Staaten und national jeder ein Militärbudget. Die NATO hat gesagt, es gilt ein 2% Ziel. Wir haben unter diesen 28 EU-Mitgliedstaaten fast nur NATO-Staaten außer die neutralen. Österreich, Schweden, Finnland, Irland, Malta und paktfrei auch Zypern. Das sind die einzigen, die nicht NATO-Mitgliedstaaten sind. Das heißt, es wird auch ein enormer Druck über die NATO-Strukturen und den 2% Ziel. Deutschland ist drauf und dran, sich da anzunähern. Wird auch ein Druck auf die Europäische Union entsprechend ausgeübt. Migrations- und Grenzmanagement, ein Vorschlag der Kommission aus Mitte letzten Jahres. Zusätzliche 21,9 Milliarden Euro. Und natürlich kann sich die Branche entsprechend im Forschungsprogramm Horizon Europe bedienen. Im Bereich der Sicherheitsforschung. Wie viel das sein wird, ist unklar. Vor allen Dingen, was konkret aus dem Bereich bezahlt wird. Man geht von Sicherheitsforschung aus. Und da gibt es natürlich wieder Überschneidungen im Bereich Forschung. Mit dem European Defense Fund, wo ja 4,1 Milliarden von 2021 bis 2027 für Forschung vorgesehen sind. Soweit meine Spekulation darüber, was das Ding alles kosten kann. Ich bin sicher, dass ich da sehr viele Punkte vergessen habe. Oder sehr viele Punkte, die wir im Laufe der Jahre zwischen 2021 und 2027 nachkorrigieren müssen. Ich glaube, wir werden viele Gelegenheiten haben, hier nachzukorrigieren und die Entwicklungen einzuordnen und zu schauen, wie wir entsprechend reagieren können. Sie kennen alle, um zum Schluss zu kommen, wer hin und wieder im ORF-Fernsehen schaut, da gibt es rechts oben so einen Button. Diese Sendung kann Werbeeinschaltungen enthalten. Auch dieser Vortrag enthält eine kleine Werbeeinschaltung. Ich habe ein Buch geschrieben, respektive mehrere davon. Das ist das letzte, das ist vor drei Tagen erschienen. Es nennt sich Verglühtes Europa. Wurde zuerst vorgestellt, letzte Woche in der Wiener Zeitung. Eine weltweite erste Erwähnung. Das heißt nicht nur, was die Analyse betrifft, sondern vor allen Dingen, das habe ich jetzt noch ein bisschen ausgespart, unsere Alternativen zur Militär- und Rüstungsunion sind da ein Stück weit enthalten. Gibt es hinten am Informationstisch bei der Nadja erhältlich, wer sich dafür interessiert. Ansonsten stehe ich natürlich den ganzen Tag noch da und ich freue mich insgesamt auf Fragen und freue mich auf eine spannende Auseinandersetzung. Danke sehr. Applaus